Oh Mann, Stelle und Stelle klingen gleich. Warum werden sie unterschiedlich geschrieben? Guck mal, Pia, du hast doch schon den Unterschied zwischen Nomen in der Einzahl und der Mehrzahl gelernt, oder? Was meint denn Theo genau? Lass uns das mal zusammen anschauen. Nehmen wir mal das Beispiel von deinem Weg. Du möchtest zu den Pferdeställen. Pferdeställe bedeutet, dass dort die Pferde in ihren Boxen zu Hause sind. Wie lautet denn die Einzahl davon? Richtig, der Pferdestall. Und mit welchem Vokal, also selbst laut, wird Stall geschrieben? Super, mit A. Und weißt du noch, was aus dem A? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.